ja du erkennst hier ich habe heute schon einige schritte getätigt die da jetzt hier auch in zahlen angezeigt werden und während dieser aufnahme tätig ich noch weitere dann wird sich diese zahlen noch etwas erhöhen und ja in der tat habe ich da diese entsprechende premium funktion und das hier nutzen zu können da dann ab 5000 spd 6000 dann daraus noch ein sweat wird das ist die kryptowährung die da erhältlich ist und ja in der tat ist hier die möglichkeit darin besteht tätig zusätzlich während 20 minuten etwas aktiver zu sein und dadurch habe ich über 1000 schritte und das ist dann hier diesen boost erhalten und noch einen leiden bonus der hier dann auch gewählt werden kann und ja in der tat ist dass diese zusammensetzung die sichtliche ist die da wie folgt zusammengesetzt wird mit einem täglichen belohnen also einfach diesen drei malen und das ist dann noch der doppelte verdienst dann den race komplett price das ist jeweils monatlich und wird anfangs des folgenden monaten zum ersten oktober hier dann so vergütet und in der tat ist das was da jetzt auch auf diese transaktion des letzten monats ja zurück geschaut werden kann was da alles gemacht wurde und das ist jetzt einfach vom heutigen tag und das dann vom letzten monat also einige interessante daten sind hier die ersichtlich die aufgeführt sind und nun auch zu analysezweck genutzt werden kann und auch entsprechend sollte und in der tat gibt es da die möglichkeit da auch weitere funktionen zu nutzen wie beispielsweise das mit den entsprechenden herausforderungen hier ist das race an dem habe ich ja hier teil genommen und das wurde hier jetzt gut geschrieben das nächste race ist hier wo jetzt schon gestartet ist und das ist wie folgt zusammengestellt diese inhalte beschreibt in diesem monat habe ich ja auch noch geburtstag am sechsten also das ziel dieses anzahl schritte zu erhalten zu können und das ist das was da noch visuell dargestellt wird und das ist dieser bonus mit diesen 25 zu können also was dafür zu tun ist natürlich daran teilzunehmen also beizutreten und damit möglichst viele schritte zu tätigen durchschnittlich sind es 8000 täglich und ja dann kann ich daran teilnehmen ich werde das jetzt entsprechend tun und ja könnte jetzt noch jemand einladen also dich zum beispiel und da habe ich jetzt gerade teilgenommen und du erkennst hier diese anzahl schritte da jetzt angezeigt wird und so genutzen können nun in der tat ist was hier angezeigt bezüglich freundeinladen das etwas was dann noch weiter eine entsprechende herausforderung ist und zwar tatsächlich größere herausforderung jemand das zu zeigen dass es sinnvoll ist sich nicht nur einfach ganz normal zu bewegen sondern das zusätzlich nutzen zu können und zu müssen und zu dürften das ist hier dieser link dazu und das dann auch entsprechend hier erhältst und das ist dann diese beschreibung die da dann zugrunde liegt und genutzen kann dann wird da entsprechend einladung versendet und das wird hier entsprechend aufgeführt genau also das ist die ratzunehmen die da tatsächlich dann auch täglich stattfindet müsste um das optimal auszunutzen zu können nun nebst dem was da ist noch eine andere hinweis hierzu geht da in diese app rein hier geht es um eine entsprechende bank ich da kennengelernt gehabt haben und hierbei ist diese so dass die mögge dahin besteht jetzt hierzu jeweils einmal im jahr also jetzt in diesem monat mit diesem einladungscode einladen und hier erkennst dass diese erhöht wurde normalerweise sind es 25 schweizfranken also ist einfach die in dieser währung und ich kann davon auch profitieren und sobald du dich dich ja da einträgst mit einem schweizer wohnadresse das ist die voraussetzung dafür und dann das mit diesem code denn hier aufgezeigt wird hier wird es noch entsprechend kurz erklärt gibt es die belohnung für 50 schweizer franken bei einem kontoeröffnung abgeschlossen wird und das ist so eine sache weil ich gehe mal davon aus du hast schon eins und ich versuche auch mehr aus 1 aber das kannst du entsprechend nutzen hast entsprechende vorteile und das wird hier auch erwähnt also diese vorteile und demzufolge nutze ist doch einfach und kannst du sicherlich ja dann einfach eine transaktion tätigen und dann davon etwas nettes tun ein nettes geschenk beispielsweise kaufen also das sind diese zwei optionen die da ja jetzt in diesem monat zu wenn gehabt um das zu nutzen zu können hier nochmals rein weil sollte ich da etwas mehr schritte haben dass sich diese schritte zahl dann jeweils hier verändert so dass ich dann hier von mehr schritte profitieren kann dafür ist natürlich auch bewegung erforderung das zu nutzen zu können dieser tollen also das ist diese veränderungen es braucht doch ein bisschen körperliche tätigkeit hat auch wiederum mit wohlbefinden zu tun und dann hier davon zu profitieren zu können darauf zugreifen zu können und da sich eine ja also gutes dinge nutze es und dann ja lass es mich wissen